Okay. Einfach so sagst du. Dann ist es jetzt einfach so. Ja, einfach so. Einfach so. Einfach so. Ich suche. Und damit beginnt es einfach so. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Einfach so, Rocket League einfach so. Ne. Äh. Trockelbecher, 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 Trockelbecher. Oh Gott. Mein Gott, ist das der hier ernst? Was? Trockelbecher? Ne. Oh, ich hoffe das geht, ja. Kennst du die Drockelbecher-Version von Dings? Oder was? Äh, fuck, welches war denn das? Äh, Edna bricht aus. Oder? Ach so. Worüber redet ihr? Drockelbecher. 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 Ich weiß nicht was das sein wird. Das war glücklich. Nein, die Drockelbecher. Ähm, es gibt... Es gibt in... Ah, scheiße. Es gibt in Edna... Habe ich nicht. In Edna bricht aus gibt es einen Typen, der heißt Drockelbecher und der sagt immer nur Drockelbecher. Drockelbecher. Und alle finden den voll geil. Also... Dings. Okay. Und es gibt in... Und es gibt in... Ich glaube, wo man das jetzt gesagt hat, in Deponia oder so einen Drockelbecher-Version. Wo dann jeder nur Drockelbecher sagt. Jeder, alles, jeder Charakter, jedes Board ist durch Drockelbecher ersetzt worden. Und dann ist das ganze... Ja, während des ganzen... Die... Die... Die Drockelbecher. Ja. Die geht halt einfach... Also es ist... Gronkh hat... Auch ne Version gemacht. Spitzplatz. Äh... Ja, natürlich. Wenn du das Spiel nicht kennst, dann wirst du ein bisschen aufgeschlossen, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Aber Gronkh hat davon auch ne Version gemacht und tatsächlich selber auch währenddessen nur Drockelbecher gesagt. Außer einmal zwischendurch hat er alle dafür... Äh... Bestaunt, dass sie das bis dahin tatsächlich geguckt haben. Und ich hab auch gefragt, ob ich das mache. Gut, es war nebenbei. Ich hab das... Es war an. Aber... Ja... Drockelbecher. Zweieinhalb Stunden Drockelbecher für ein Geil, Alter. Drockelbecher. 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 Nur er hat sich direkt nachgeschickt recht auf. Ich mach's allein. Genau. Oh, scheiße. Okay, das ist aber auch nicht gut für Ranking. Wieso? Das ist doch supergeil, Alter. Hat gerade gut funktioniert, oder? Ja, wir müssen uns so ein bisschen ablenken. Trogelbecher. 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 Ich weiß halt immer noch nicht genau, wie das Wort ausgesprochen wird, was jeder da sagt. Droggelbecher. Droggelbecher. Also es wird nicht mit Doppel-G geschrieben, also, aber ich dachte es wird mit Doppel-G. Ich glaube nicht echt. Droggelbecher? Richtig schon. Tada. Droggelbecher. Ich dachte nämlich nicht, wir sprechen das immer nur so aus. Ähm. Torgebecher. Also... Becher und davor halt D-R-U-G-D-E-L. Also Torgebecher. 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 Das L wird irgendwie mal ein bisschen verschluckt, ich weiß nicht genau warum. Also Torgebecher. Droggel. Droggel. Nicht Droggel, sondern Droggel. Also das wird mit L beschrieben, aber das ist L befasst nicht besprochen. Droggel. Ja. Zeige ich halt schon Trotlebecher. Ja. Also Droggelbecher. Ja schon, aber eigentlich gekla通ert man kaum raus meinstens. Also Droggelbecher. Droggelbecher, Droggelbecher, Droggelbecher. but der original Droggelbecher hat eigentlich ziemlich oft mehr, so alle es das L wird abbreviated also Droggelbecher. Droggebecher. Droggebecher. Traumberbecher. Sag einfach T през даже f�� desde jetzt. Okay. Droggelbecher, Drobblebecher, Drollbecher. Ihr verwirrt mich aber Drogebecher. DROGELBÄCHER DROGEL. Was mach ich da für ne Scheiße? DROGELBÄCHER 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 AHH DROGELBÄCHER 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 Das ist der Effekt schon aus hier. Och? 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 Troglbescher Drogebrecher Droggebecher 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 Troglbecherkslich Trogl, Troglbecher Troglbech Troglbecher Troglbecher Oh ... Unfalle Ah ... Ah ... Ah ... Ah ... Drogbecha Becher? Toll, der Becher! Weil er heißt dann auch einfach Crab Johnny. Mein Tommy, Crab Tommy. Okay, next zone bitte wieder normal. Das halte ich nicht durch. War schon ganz witzig. Zwischendurch mal. Noch? Aber ich habe immer noch nicht gehört, woher ist das jetzt genau? Es ist direkt aus Aetna bricht aus. Und was ist Aetna bricht aus? Es ist so ein Poison-Click-Adventure von... Nur wie Deponia. Ah, okay. Wie heißen die? Edadelic? Edadelic. Edadelic Entertainment? Ja, Edadelic. So ein ziemlich lustiges... Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, es wäre schon cool, wenn mir mal jemand Tore machen könnte. Ja, doch, ihr wollt halt da und dann doch nicht. Ja, ja, alles gut. Oh, schön. Hast du nicht geschuldet? Ah, fuck. Habe ich. Habe ich nicht. Ah, hat keiner voll. Da war jeder angeflogen, der mich abgelegt. Ja, ich wollte absprechen. Ja. Ah, ich kann nicht hinterher. Oh. 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 Habe ich. Habe ich nicht. Oh, schön. Habe ich. Habe ich nicht. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Wie bitte? Ja. Ah, das ist ja gar nicht. Oh, geht's noch nicht. Geht noch nicht, glaube ich. Ja. Ja, geht noch nicht. Da war ich nicht. Oh. Alter. Oh, fuck. Soll ich auch ganz okay. Ups. Hi. 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 Hey, hi. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Bin im Tor. Hi, hi. Hab ich. Ich bin nicht, aber hab ich. Adear. Du? Ne. Hab ich. Oh, ich auch. Hab ich nicht. Hab ich. Ahaha! 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 Ja, mich. Okay. Ich bin Mitte. Ich hab kein Nidro. Nicht so hoch Mitte, Moffi. Ja, ich weiß. Hab ich? Ich versuch's zumindest. Ach so, nicht. Wir können ja auch passieren, dass die daneben fliegen sind. Denk man ja dran, aber... Der ist ja auch in Ordnung. Manchmal sollte man für solche Wecker nehmen, das ist so. Okay. Oh, ich hab den. Nice. Wow! Damit haben sie nämlich bestimmt nicht gerechnet. Ja. Er hat halt voll mit deinem gerechnet. Er würde damit rechnen, Alter. Oh, keine Ahnung. Hi. Hi. Nice, Mann. Versuch den Mitte zu bringen. Ja. Ja. Sorry. Ich bin Mitte. Äh. Ich bin im Tor. Danke. Åh. Ich mach immer hier so fly. Was? Nice. Häh.. Ich bin er. Ja, fliegt wohl nach. Fuck it. Oh, den hat er nicht gehört. Ja, den hat er nicht gehört. Wow! Shit! Ah, schade. Sorry Puddel, hätte er was sagen sollen. Hat er? Nice. Hat er im Tor? Ja, hab ich. Nice. Fuck. Bade. Habe ich? Ja. Schön. Oh. Ah, shit. Oh. Also Puddel und ich war in Hütte und André ist nicht wieder an die Weide gebracht. Das war irgendwie schon. Habe ich? Ich wurde in die Luft befördert vom Gegner. Ah, shit. Ja, ja, danach. Ja, hab ich nicht. Schon. Oh. Direkt auf ihn? Ähm. Habe ich nicht. Oh. Schön, Machi. Nice call. Das hätte ich wahrscheinlich noch gemacht. Oh. Schön. Boah, es reicht. Ich hätte mich fast ein bisschen zu sehr beeilen wollen. Dann könnte ich da noch kurz gebrennen, sonst hätte ich ihn voll verdammt. Eieieiei. Immerhin. Äh, okay, ich bleibe durch. Oh. Hat er? Hab ich. Oh. Oh. Das war alles. Wenn er an die Seite kommt, will ich ihn? Okay. Ja. Schade. Oh. Ich hab gut den Spiegel. Ich hab gut den Spiegel. Ah, shit. Wo? Freustoff. Nice. Tor. Warte für euch. So ein bisschen draußen. Gott drauf. Da steht. Ja. Versuche ich nochmal mit? Ja. Doch, ich fand nicht ganz wirklich klappt. Nein. Schönes Game. Und die schreiben sogar GG. Ja. Das war ja auch GG. Äh, die haben wirklich verdammt gut gespielt. Hm. Fand ich zumindest. Aber es ist selten, dass die dann unterlegen haben, waren dann das als erstes Schreiben. Ja. Das kenn ich nicht. So möglich. Oft. Ist aber schön. Okay. Huuu. Oha. Das war ja auch schon. Fand. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ja. Das war meine Fehler. Ich hätte früher sagen sollen, dass ich's auch fand, sondern dann hättest du am Boden bleiben konnte. Wir waren da halt dicht an dicht und dann war ich auch da oben an der Wand. Oder schaffst du auch so. Oder nur Trommel wäre draufgefahren, geht halt auch. Ja, meine Sache. Ich hatte halt kein Nitro. Ich wollte dann halt lieber aus dem Tor raus. Ja. Ich bin schon. Oh. Eiii. Der war mit Absicht. Damit hab ich halt Krabber überhaupt nicht gerecht. Ich meine, war schon... sah auch schon so geplant aus. Aber das war nicht. Oh, ich hab kein Nitro. Shit. Hab ich. Oh, fuck. Oh, fuck. Gekse. Gekse. Ah shit. An der Seite ist noch keiner außerdem? Jetzt erst? Jetzt? So? Nice, ich bin Mitte Shit Nice Brudel ist Mitte Ah, fuck Ah, sorry, bitte Tor So, drauf Ja Geht heute Torwand Ah, shit Oh boy, und ich wurde noch umgedreht Scheiße Schade Ey, ist er unter mich mit Absicht unter mich gefahren? Sah fast so aus Er hat mich halt volle Kanne nochmal weggedreht Ja, kannst du schon haben, dass das... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hab ich? Hab ich? Oh Ich mach dich demolition Er macht dich und ich mach ihn Ich dachte, du wärst noch nicht gewesen Ja Oh sorry Komm, ich mach mal was Ja Echt? Auf der rechten Seite vom Spielfeld Ja Echt? Noch mal Mitte? Ich wurde leider von der Zeit beschubsen nach hinten Ich dachte, ich wär noch nahe drin dran War ich aber nicht so Weg nach vorne Wenn Mitte Wenn immer noch Mitte Ja, leg dich nicht nochmal so Bitte? Ja Ja Das mach ich jetzt Ja, ich wusste halt hinten und ich bin immer wieder abgedreht, wieder hingefahren, abgedreht, hingefahren Ja Und dann war Trude bin im letzten Moment ohne mich am Weckram Ja Und dann war das halt schon Hab ich? Hab ich? Aha Ja Hab ich vielleicht Der geht Geht Aber Lieber wegbauen Lieber bisschen Druck machen Ah schon Ehh Lieber sagen, wie es ist Oh 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 fuck Okay Fuck Geht noch nicht Oh Oh Ah Hab ich Ach Hab ich nicht, sorry Hab ich? Hab ich? Ah Sorry ich war an die seite mitte wer durchgekommen ja ich bin direkt mittel habe ich knapp als ich dachte Ah, den hat er. Oh, fuck. Sorry. Ah, schade. Alles gut. Den hätte ich halt nur in dem Moment, wo er nach unten kommt, abpassen können. Deswegen bin ich da hingedreht, aber... Da war er dann leider Endstation für mich. Endstation Trudel. Ja! Wir lassen sie nie wieder gehen. Oh, der Becher. Oh. 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 Ja. Elf Sekunden noch. Was meint ihr? Wird's was? Könnte ich da sein. Aber ja. Aber wir haben in den letzten Sekunden noch mal richtig Gas gegeben. Ja komm, wir schaffen dann Ausmach noch. Das sollte man tun in so einem Windschirm. Wow. Oh, shit. Mitte ohne die Pro. Ah, fuck. Ich hab den nicht bekommen. Du? Habe ich. Ich bring ihn mit. Oh. Oh. Der ist braun. Das ist dieser, der. Oh. Wahrscheinlich hat der Angst was. Oder so. Wer nicht? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber.... Die ist playing gegen süß. So gut, dass jetzt noch die Reden ist, dass ich die höchste активsten bei den Gegner habe. Ah, shit. ja shit hab ich ja schon hatte ich nicht aber der geht immer noch nicht oh man bin rein ins gedränge ja der geht also ich bin zur seite ich bin noch bei den gegnern habe ihn nicht gut ich bin auch gelandet ich habe ihn nicht gut ich bin auch gelandet ich hätte was sagen soll oder sorry ich konnte echt nichts mehr gegen machen na da geht es so hoch in eigentlich also er wäre machbar gewesen da habe ich zu lange gezögert hinten ich fahr drauf ach man hab ich nicht scheiße hier ist es für mich uff nice ich fand es doch ja aber ich komme von der anderen seite hat er hat er das sei oder wo ist gegner ja ja habe ich Spielen zu dir, Muffy Ah, schliff, hab ich nicht, hab ich nicht Hab ich? Nein Okay, scheiße Einmal zur Seite, Muffy Oh, fuck Scheiße Ich bin an der Seite, ich fahr selber drauf Oh, fuck Irgendwas ist gerade an der, genau in der Kurve hab ich momentan heute echt Probleme Hab ich? Oh, okay Hatte ich euch vorher gesammelt? Oh, fuck Hab ich nicht gehört Oh, shit Zumindest hatte ich's für mich vorher gesammelt Oh, der ist drin Oh, nice What a game Und zwei haben das Match geleft Alter Die letzten zwölf Sekunden des Games und dann mit 3 Minuten zwanzig Nachspielzeit hast Oh Oh, oh Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay